So, moin moin und herzlich willkommen zurück wieder bei Yoshi's Island mit dem Daniel auf BadPokerFace Gaming Level 6. Lassen wir uns mal überraschen. Tiefgründiges Kronen. Alles klar. Das sieht toll aus. Kein Autoscrolling. Wollensteine, Schokolade. Das sieht echt aus wie Schokolade. Und das war auch abzusehen. So, wieder ein Leben. Wobei, wenn ich hier eins gebe, wo ich keine Probleme mit habe, dann sind es Leben. So, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ach, ich brauche... Stop this. Stop this. I need a stone. A rolling stone. Und stop. Oh Gott. Wäre es jetzt irgendwie physikalisch hier gewesen... Das ist selbst vom Sprite her falsch. So, aber egal. Ich habe Sterne. Und... Okay, da komme ich nicht durch. Da müsste ich langen. Hier ist... Okay, hier... Ich glaube, ich habe jetzt mal den... Stein. Und go, go, go. Nicht den Stein aus den Augen verlieren. Randale. Okay. Und durch. Und hier habe ich jetzt keinen Stein mehr. Ich glaube, ich habe den Gang genommen, den man normalerweise nicht nimmt. Was mich jetzt aber gerade auch nur peripher tangiert, wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe den Stein gebraucht. Oh Gott. Oh Gott, ich brauche Eier. Oh Gott, was ist das für ein Fähig. Das ist mir ein völlig unbekannter Gegner. Wahrscheinlich nur ein Scheigell unterm Bett lagen oder sowas. So. Und wieder Retoure. Kommen wir jetzt wieder die ganze Truppe? Nein, es kommt nur der... Es kommt nur der eine. Und nochmal. So. Jetzt hätte ich doch noch den Stein gebraucht, um... Alter, doof. Voll doof. Das heißt, wir haben den ganzen Weg jetzt quasi... Ja, es ist ein Scheigell unterm Bett lagen. War sowas von da. So. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hier lang und muss mir nochmal den Stein nehmen und muss nochmal hier lang. Das ist doch für den Poppers. So. Und... So. Da komme ich doch drüber. Kein Problem. Und schieben. Schieben. Und nochmal schieben. Speed. Wow. So. Wunderbar. Dann komme ich nämlich hier rum. Na, 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 na. Und... Hupp. Dann... Hier lang. Da runter. Hier runter. Und... Secret. Na, was heißt Secret Tür? Aber abgeschlossen. Immerhin. Da, da. Wo geht's lang? Wo geht's? Und da geht's lang. Ich will, glaube ich, erstmal da rein. Yes. Alter! Alter! Ich hätte den... den Shy Guy gerade da reinspucken müssen sollen. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Ja, ich lasse es sein. Also, nehmt den Shy Guy und spuckt ihn in die Blume. Ah! Hier ist bestimmt noch irgendwas Interessantes. Oh Gott. It's a Karatee Car. Den ich... He's unkillable! Nooo! Go, go, go! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm... Da oben war irgendwo... Gehst du weg? Danke. Das ist sehr nett. Und burn. Baby burn. Und... Hier nehmen wir auch nochmal alles mit. Leben. Und da ist... Da sind noch... Da war noch der letzte Stern, der mir fehlte. Also, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo... Was haben wir hier? Ähm... Wie krieg ich den denn? Okay. Wo geht der jetzt lang? Links? Oder... Rechts? Oh, diese Auswahl möglich. Ich nehme mal rechts. Bin ich eh grad hier. Dam, dam, dam. Okay. Das... Ist, glaube ich, nicht die Richtung, die ich nehmen... ...soll. Äh... Also gehen wir nochmal zurück. Und nehmen die linke Tür. Tor 1. Kommt jetzt wieder der brennende Shy Guy. Oh, yes. So ein Scheiß. So. Ab in so door. What is... Äh... Okay. So, habe ich erst mal... What? Wo kam er denn her? Ähm... Okay. Ähm... Auf die muss ich auch aufpassen. Äh... Lecker, lecker Shy Guy. Unter... Ähm... Soll das ein Kamehameha sein, was die da machen? Das wäre natürlich sehr cool. Uah! Ja. Äh... Haben wir dann? Dann nehmen wir mal die Tür. Das ist... Das Level ist interessant. Irgendwie. Ja. Und jetzt nehmen wir mal eben auf. Wo komme ich denn da oben hin? Woa... Da komme ich hin. Alles klar. Ja. Da waren wir... Wirkchen irgendwo. Und wir gehen nochmal hier rein. Und nehmen dann... Dort habe ich... Wir gehen dann hier... Nein! Shit! Da wollte ich doch... Äh... Das ist... Mit diesen... Mit diesen Flipper-Kickern ist doof. Irgendwie... Nein! Warum gehst du wieder da rein? Yoshi nervt mich doch nicht. Du... Du... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Wo komme ich denn? Wo komme ich denn? Also ich... Muss... Okay, die kann ich futtern. Das ist sehr schön. So... Wo geht es denn hier lang? Du lief mir lohn. Alter! Und... Sterne! Sehr schön. Durch die Tür. Wo komme ich jetzt raus? Äh... Okay... 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 Äh... Warum bist du da oben? Ich bin gerade echt ein bisschen... So... Kann ich hier aber nochmal den... Das ist mir jetzt auch egal. Ich will dieses Level einfach nur schaffen. Äh... Ich glaube, ich muss... Wenn ich hier reingehe und dann muss ich... Boah, was war da gerade? Vier. Da sind ja Zeichen so in den... In den Sprites. Was heißt in den Sprites? Oder in den Layern drin? So... Wenn ich jetzt rumgehe... Da ist sechs... Da ist drei... Und da wäre vier gewesen. Und wir gehen nochmal runter. Sechs. Das heißt, ich muss... Ich muss quasi nochmal da rein. Muss dann auf die... Na... Das Pet nervt mich. Sorry. Moment, wenn ich jetzt... Awesome. Was bringt mir das jetzt? Alles klar. Alles Klärchenbärchen. Das ist doch... Das erklärt's. Awesome-mäßig. So. Das heißt, wir stompen hier durch. Dann landen wir unten auf dieser Bridge. Können hier rüber segeln. Wie komme ich an diesen Schlüssel? Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Das heißt... Bam! So. Und dann nochmal hier lang. Und dann... Nochmal hier lang. Und... Autsch. Das war dumm. This was so dumb. For real. Und... Switch. Yes. Und durch die Tür. Ich denke jetzt gerade einfach nur laut. Hier hoch. Alter! Geh mir nicht auf die... Nütze. So. Und dann... Stumpfen wir wieder hier runter. Das... Warum sagt mir keiner, dass ich die Brücke dann nochmal auslösen muss? Das fand ich jetzt ein bisschen unfair. So, aber jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es geht. Also hier hoch. Dann da. Hoch. Dann Baby Mario verlieren. Den brennenden Shiger hinterher rennen. Und die beiden Karate-Typen abfackeln. So. Dann hier durch die Tür. Dann. Ja. Wieder Übereck. Wenn man denn gut genug ist. Geht doch. So. Brücke löst aus. Entschuldigung. Ah. Tut mir leid. Tut mir leid. Und dann wieder hier hoch. Dann. Müssten wir wieder hier lang. Das ist so verwirrend, das Level. Das ist echt verwirrend, das Level. So. Awesome. Das Level ist scheiße. hoffentlich ein Ausgang. It's a stone. Hinter den ich mich jetzt direkt hinterher klemmen und alles Niederwalz. Und. Goal. Yes. Diese Folge war natürlich wieder exorbitant lang. sehr ruhig ein Bonus-Game. Awesome. Ja. Da. 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 Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Ausbeute ist sehr mies. 68%. Alter. Voll scheiße. Mal so richtig scheiße. Einarmiger Bandit. Awesome. Awesome. Und Tag. Und nix. Und nix. Schade. Hätte ja sein können. So. Das war Level 6. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich schade beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Und tschüss.